Dieser Junge ist der beste Kommentator der Welt. Und er kann all meine Songs mitsingen. Immer, immer, immer weiter. Naja, auf jeden Fall musste ich heute wirklich ins Tor. Und der größte Manuel Neuer bin ich nicht. Zum Glück hatte ich so einen starken Kommentator an meiner Seite. Hört einfach zu, wie geil er das macht. Ja. Tschüss und. Ja, die Christoph Heldin. Und als ich dann tatsächlich ein Tor geschossen habe. Ihr wisst es, sehr selten bei mir. Ja, Witz. Ja, zu. Darauf also alle ein Füh in die Kommentare.